Ja, willkommen zurück zu Let's Play Thorth Park, The Stick of Truth, mit unserem schönen, mit unserem Saftsack, mit der Klasse Jude. Im Übrigen, was ist das hier, ein Ork? Genau, von Cartmans Mutter wahrscheinlich. Ja, mal schauen. Hatten wir den Kampf erledigt? Man, Negate! Don't let them through! Give us the stick, humans! Fuck you, Drow-Elf! Come and get it! Clyde, guard the stick of truth, while we defend the fortress! Aye, aye! Aye, aye! We're not playing Pirates, Clyde! Douchebag, this is your chance to prove yourself. Hold off the asshole-Elves at all costs! Oh, Hamburger! Geech! Ugh! Butters! Butters, you're losing! Stop losing! Linksklick, war das richtig? Ja, ich glaub schon. Do it, Douchebag! Kick these Alves' asses! Eat, shit! You're wounded, Douchebag! Potions will heal you here! Trinke heilendich! Mal schauen. The rules say you can have one potion every turn. I asked for five, but this was a coverman. This guy's fast, Douchebag! Try to block all these attacks! Well, if this job doesn't work out, at least you've got a future as a training dummy. Come on, get it right! Okay, if you block all the attacks, you get a counter-attack! Look at your enemy on the ground. Weak and helpless! Kick the shit out of him! Yay! I have to kick this helpless ass! Now finish off these Alves in the name of the Wizard King! Suck it! Auch nicht schlecht. Ja, geht doch. Einmal wieder reinkommen und man hat's wieder raus. Ja. Ja. Batsch. Da müssen wir die Kämpfe wohl etwas neu machen. You got this, Douchebag! Die, asshole! What are you waiting for, Douchebag? That guy's just standing there. Go kick his ass! Wie Carmen noch dabei lacht. Ha! 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 Oh, man! He was totally waiting for you, dude! You can't just hit him like that! You need to try a different tactic to damage him. Look at that archer, hiding behind his friend like a wood. Switch to your arrows, Douchebag! Snipe that, little bitch! Schießt'n kleinen Wichser auf. Sweet, now you can hit the guy in the back. Go for the pink miss! Oh! Yeah, bitch! That's what you get for fucking with the Wizard King! Careful, Douchebag! That guy's ready for your arrows now. You gotta try something else. Dadada! Ah! Wie mein Charakter auch guckt! So, ööööö... Bäääääääähähäh! Great job, Douchebag! Ich hab'n Tempo-Trank. Ah, mit den Schilden. Kontern und Schild. Stopp! Das ist es! Jetzt hab ich ihn gewonnen! Drow-Elf, fallen zurück! Fall zurück, Isaiah! Ja, super, Junge! Take that, you asshole Elf! Better luck next time! Na-na-na-na-na, we still control the universe! Ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha! It's gone. What? The Stick of Truth. The Elves got it. That was your one goddamn job, Clyde! To guard the Stick of Fucking Truth! Clyde, you are hereby... Banished from space and time! What? No! You can't do that! Yeah, I can! You're banished and lost in time and space! Yeah! Go home, Clyde! You fought bravely on the battlefield, douchebag. Heh! The Duke may be a douchebag, but you sure can't fight! Shut up, Scott. Nobody cares what you think. Anyways, we have a bigger problem now. The Stick of Truth has been stolen, and we must assemble our entire army in order to get it back. But our three best warriors still haven't reported for duty, my king! Our newest member can take care of that. Douchebag, I want you to go out into the neighborhood and find my greatest warriors. Token, Tweak and Craig. I'm texting their pictures to your personal inventory device now. But beware. Hat er ein iPhone gehabt? What? I'm leaving for now on a server. Did you not hear anything? Oh yeah, I'm leaving. The great quest, Timmy Express! Oh my god! Oh dear, we'll get back to the brothers and sisters. cool kram baseball karte starte verkaufen kaufen kaufen damit betäubungsschlag schwächt den angriff des ziels bei perfekten angriffen das dürfte sogar meiner sein den kaufe ich mir mal zurück ausrüstung kleidzellen lassen wir das erstmal die sieht cool aus gekreuzte schwerte du hältst 1 mp wenn du schaden blockst mutiger flicken verursacht 10 prozent mehr widerlichkeitsschaden in somitagin anlegen es geht in unter ah da kann man also die sticker drauf machen der kaffee von twig bros lässt sich noch einmal angreifen wiederbelebungstrank stopft diesen tako in den schlund deines begleiters um ihn wiederzubeleben der arme wo kann ich denn hin cartmans haus craigs haus mein gott wie viel gibt es denn hier noch kaffee tric bros tokens haus ich glaube ich hole token zuerst geht nicht naus also begleiter butters freigeschalten ach so ja ich habe ja fähigkeiten punkt jujitsu auf englisch soll relativ gut sein man kann ja auch sprinten warte mal warte mal oh gott das sind ja alles die sachen die ja in den verschiedenen ähm also die verschiedenen sachen die er in der serie getragen hat kenny klicke auf gefällt mir wenn du findest dass ich die schön zu meinem ganzen land bin also wirklich prinzessin kenny du musst das nicht ständig posten oh mein gott was lassen wir das super fun time eintrittskarten bread pit über lebens paket geflügelknochen hey cool gehen wir mal jetzt in das andere zimmer das gehört wahrscheinlich der mutter yep unterhose Unterhose. Oh mein Gott. Nein, nein, nein. What the fuck? This is, this is, oh mein Gott. Crackfiver? Oh Gott. Okay, damit ist es auch fertig. Alter. South Park, wie es im Buche steht. Oh mein Gott. Und er guckt einfach zu, butters. Oh mein Gott. Chiroki hat. Ey, oh 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 oh, bitte. Oh warum? Ich muss diese Folgen unbedingt ab 18 machen. Heilige Scheiße. Gaufarbe und Zabrabart. Chin-Pokémon. Das werde ich jetzt nicht wiederholen. Penguin, oh Gott. Wo muss ich denn jetzt lang? Ich sollte rechts hin lang. Oder links? Ach, ich laufe jetzt einfach links lang. The Wizard King says I'm too ginger to be one of the humans. But Paladin Butters lets me be a squire on the slide. Paladins seek justice for all races. Nur wie rüste ich jetzt... Ei... Nein, nicht nochmal Optionen. Ich will auf Hilfe gehen. Meine Güte. Tools, schießen. F. Ja, passt doch. Okay, da hat gerade meine FPS etwas nachgelassen Oh mein Gott, ein Kampf These lands hold many dangers, new kid Yeah, you moved to the wrong realm Nice hair, douchebag Moop, moop You want some of this? You're hurt, this looks like a job for Paladin Butter I got your back yo Huh, that bitch I better wait and turn before I do any more healing Zu früh? Hey look, you're bleeding Untersuchen Bluten Schädelte am jeder Am Ende jeder Ecke Okay Bis zu fünfmal Heiltrank Gegenstand Auf mich selbst Debuffs entfernt Yes I'm sure you always carry a few potions Just don't get grounded for waiting in the Apothecary's pantry like I do So Zu früh immer noch Meine Güte What the hell Das ist nur minder schwul What the hell Nein, war das Nein, ich hätte noch ein drittes Mal schlagen können Verdammt Damn Hammer Butters, aber Wir haben es geschafft Wiederbelebungstrank Geld Elfenohr Zersplittert da irgendwas Fetzen eines zerrissenen Mantels Geld 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 Fetzen eines zerrissenen Mantels Mal zwei Nein, nichts drin Gehen wir mal in die Bank Du wirst den Softpark auf viele Freunde treffen Für einige von ihnen musst du eventuell eine kleine Quest erfüllen Oder sie sind an Orten verborgen Meine Güte Geld Tempotrank Margarita Mixer-Mixer-Deluxe Wo sind deine Eltern? Oh, Item, Item, Papprolle Ich will irgendwie alles einsammeln Schade Schade Da oben sind nämlich ein paar Elfen Ich habe hier Ich habe hier Nasen, OPs und Abtreibungen What the fuck What the fuck Machtdrank, Heiltrank, große Mamba-Kontome Mini-Mini-Kontome Schraubenzieher Kaputte Glühbirne Hi, did you accidentally get someone pregnant? Hi, did you accidentally get someone pregnant? I saw two rats running around last time I was at Skeeters Bar I will probably still eat there Warte mal Ist Baras jetzt eigentlich geheilt oder nicht? Irgendwie sieht das gut aus Und eine Klatschen, damit ich auch den Kampf beginnen kann Alter, immer noch nicht I'm a Hale, nun dann Wow Nein, der hat ja Konter drin Verdammt Und er ist angepüßt Meine Güte Das ist mal geil Fotodojo Oh I used to be a model Oh Gott Oh Gott Hey, you're pretty good looking, kid You ever think about modeling? Geile Sache Dass hier manchmal drinnen vorkommt Wie muss ich jetzt eigentlich lang? Okay, wenn ich weiter nach oben laufe, komme ich gleich zu Gesundheitsträckheit Dutzperücke Oh Gott Drei von zwölf Schnellreiseflaggen Wir gehen mal zuerst zu Craig Äh, was sag ich Craig Wie heißt er nochmal? Toten This is a gated community, sir We do not allow in the riffraff Move along, sir If you try again I will pepper spray you back to the stone age What the hell I warn you If you try again Neu Quiz Torzerstörer? Ja, super Jimbo's Waffen? Wo ist das? Craig Da ist Craig Da ist Token Hmm Kennys Haus Oh mein Gott Wo ist heute Stelle Jimmys Haus Gleits Haus Kevin Stowleys Haus Das sagt mir nix Gemeindezentrum Schule Kirche Skidespa Jimbo's Waffen Im Endeffekt muss ich jetzt einfach nur nach links laufen 25 Cent gefunden Was? Sure is a lot of walking Hey Big Nose You should consider having some work done Oh Ow Skidespa Give me the closest wet wheelie right here Excuse you Warum ist hier alles zerstört? Gut, ich renne rum und zerstöre alles, aber. Der Tower of Peace. Ja, ich glaube, ich mach mal... Ich schau mal, wie viel Schaden der wirklich macht. Moment, Fähigkeiten? Mit Junjutsu. Was muss ich denn dabei machen? Das klappt nicht! Hä? Nicht... Geil. Schießt sogar noch Alk im Boden. Jimbo's Waffe. Da sind wir doch schon. Hat er einen Menschen als Bein? Kostümflicken, Level 10, oh Gott. Gasmaske. Waffen Langschwert ist Krieger. Ach du Schande sind das Werte. Mal alles verkaufen, was Kram ist. Oh, meine Güte. Verschiedenes. So, jetzt nochmal speichern. Spiel speichern. Ja. So, das war es dann auch heute wieder, weil ich jetzt auch schon etwas überzogen habe. Das nächste Mal werde ich dann wahrscheinlich übermorgen, also am Freitag, aufnehmen. Bis dahin. Reingehauen und viel Spaß. Euer Kersat.